Irgendwie hohe, hoch! Ich seh den drüben. Jetzt ein Schreider. Nur ein Game wahrscheinlich nicht so. Der Game-Lade ist da. Schöne Insel, ja, ich fand. Du musst dich ruhen. Du freundst dich. Ich habe wieder Luft. Das ist ja super. So. Mach den meiner. Nix. So, der läuft. Läuft, ne? Ja, der hat's. Der flüchtet. Ja, da ist ein Dings. Anja-Dings-Schuppe. Ja, aber ich glaube, den kannst du nicht. Den kann immer nur einer nehmen. Ich weiß nicht. Über den aufgehoben wird schon. Ich weiß, es ist keiner mehr da. Die haben das schon wieder, oder? Die sind aber schon flotter unterwegs. Der hat den Schwanz abgeschlagen jetzt. Wo ist der Schwanz? Kann ich, der drüben ist. Ich weiß sicher nicht. Ich muss nur schauen. Ja, schau, wie es alle gieren. Alle schneiden wir mit dem Schwanz. Jetzt haut die ab. Ja, kann man jetzt auch schneiden. Hätten wir es wohl nicht draufhauen, ne? Aber die Gier ist ein Schwein. Ja, jetzt wäre er noch nicht mehr da. Hä? Was machst du so? Schleifen. 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 Ich bin eine Schleifmaschine. Ein Bock der Flex aus. Schleifen. 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 Alter, dann haben wir jetzt dann echt schön geh. Bist du dabei. Aber die Nährstoffe, die musst du dir herstellen. Die haben die Lämmsbalken größer. Ja, ja. Du kannst ja auch die Insekten da immer essen, kriegst du ja viel mehr. Also. Ausdauerinsekten und alles muss ich meinen, ich habe auf einem ewig langen Ausdauerbalken, ne. Na ja. Dann habe ich es heute. Mit der Ration, ne, simple Ration kannst du nicht steigern, ne. Genau. Irgendwas habe ich jetzt abgeschlossen. Keine Ahnung, was. Ja, die haben wir schon wieder. Der kommt nicht zur Ruhe. Ach. Da hast du den Armand nicht mehr Ruhe mehr. Das kommen wir noch. Und die kriegst du mit den Dätschen nicht einmal da drauf. Oh weh. Ich wollte ihm nur scheiß Insekten fangen. Das geht ja auch nicht mehr. Die bringt ja mit den Nades um, das ist ja... Nicht gut vorbei. Ja. Ha 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 ha. Oh weh. Der Ju-Chim will fortsetzen. Ja. Tja, was macht denn meiner? Was will er fortsetzen? Ja, ich weiß noch nicht. Du hast Quests oder ein Dings. Mit der aktuellen Gruppe. Jetzt haben wir ins Lager zurück. Ja, ja. Wo ist denn der Abo-Tabi? Da hinten? Wie? Vielleicht machen sie noch die Vivian, weißt du? Größere Fächer oder einen Tobi. Dann passt das. Oh, eine Platte habe ich gekriegt. Und Fell. Irgendwann. Mein Schwanz hat... Nasenfeinerli. Ich weiß nicht. Ich brauche auch den Reißzahn gekriegt. Alles andere. Ja, das gifft da irgendwann auf einmal. Einfach so. Ja, du musst dir das Safterl trinken. Das blaue da. Ja, okay. Gift mit. Da bist du super. Ja. Ich hab immer zu einer Bagel dabei. Ich hab alles angelegt vorher. Ja, du bist super. Ja. Ja, du brauchst das nicht. Das ist der Mensch. So. Extra Trainingserfahrer, so der Palika. Mhm. Jetzt gehst du schon die 20.000 Punkte zu, ne? Ich hab 10.000 gerade einmal, wieviel du gespielt hast. Ich weiß auch nicht, ich bin schon ein paar Stunden drauf, ne? Warte mal, muss ich mal schauen. Wo ist denn da der Steam? Wo ist denn da der Steam? 47 Stunden habe ich schon. Ich hatte sie gerade umgestalten. Ah, ist das schon so. Na, na, Dr. Daprider. Ja. Geh mir so, bevor ich... nochmal... So, schon. Und dem haben wir auch... Ich geh mal ein Zoll da rein. Was ist denn ein Zoll da drin? Okay. Schnellbeeren. So. So. Ob ich den... So. Zähne von dieser. So. Da gibt's hier irgendwelche Dings, ne? Alle... So. So. Megaabprallbombe. Großes Fassbombe. Schauen wir mal. Was das tut. Ich bin mal mit rein. Die kannst du hinlegen, wenn er schläft, weißt du? Alter. Was ist denn hier für eine Maschine? Scheiße hab ich da. Sechs Stück. Ja. Wie Equip. Schau dir seine Dinger, Alter. Er hat ja zwei Schwerter. Ne? So. So. Seid ihr essen gehen oder sowas? Ja. Schau dir wild aus. So. Er kommt echt cool. So, so. Nicht so wie du. Ja, ja, ja. Fock aus, mein Samurai. Pass auf gleich. Friss ein in den blöden Schädel. So. Was machen wir denn? Ich weiß noch. Hat er schon mal einen Plan? Ich will das nicht noch mal machen, ne? Weil ich brauche ja auch wieder einen Reißzaun. Empfangen. Der Reißzaun fällt mit mir noch. So. Ja. Ich geh mal die La 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 noch. Oder. Da hinten willst's nicht viel geben, ne? Weiß ich ja nicht. Warten, der hat's für ein Level. Gibt's nicht irgendwo? Hm. Notsignal. So absenzen. Zack. Ah, der macht ja irgendein Quest, gell. Wir gehen auf die Jagd. Ah, da kann ich meine Primärgruppe auswählen. Wo? Ja, das würdest du jetzt gerne wissen, gell? Nein. Ja. Jetzt kommt da auf Start, Informationen und ganz unten die Primärgruppe. Da kannst du dann da ausstellen. Im Austria. Da steht bei mir Final Fantasy 9. Ah, okay. Charles Army, Alter. Ich werde Charles Army nehmen, Alter. Wo? Wo steht das da? Primärgruppe, da unten. Jetzt hab ich da drinnen, eigentlich. Nein, ich hab nur in Charles drinnen. Schau, der Herr Mikas ist jetzt dabei. Achso. Ja, der ist ja ausgesteckt. Ja. Ja. Ich sag da schon, was machen wir mit euch. Ich brauch nochmal die Ananas. Ja, dann müssen wir ihn rein machen, ne? Ja doch, hast du dir gehört. Warte mal, siehst du denn da jetzt ein Notsignal? Ne. So, von Expedition zurückkehren zu. Ja. Ja, dann machen wir das noch. Da gehren wir um. E-Pings. Du willst ja nicht mehr die Ani haben. Ja, ich brauch nur den Scheißreißzahn. Dann wärs wurscht. Mhm. Dann hätt ich das Equip nämlich fertig. Mhm. Dann könnt ich das komplett online. Aber jetzt bin ich echt am überlegen, ob ich nicht wirklich noch einmal ein anderes Wapfding probier. Weil das mit den zwei Schwerter hat eigentlich cool ausgeschaut auch. Jetzt sind die Videos dabei, glaub ich, oder? So. Ausrüstung ändern. Waffe. So. Schmetterschwert. Video. Das ist eine Nahkampfwaffe. Mit wenig Mobilität, aber mit mächtigen Angriffen. Angriffsfreundlichkeit. Zwei Sterntln. Zwei Sterntln. Hier kannst du die Biertaus noch aufmachen. Da ist ja auch dabei. Bei deinem Schwert. Ich schau einmal. Bei dein Schmetterschwert. Weiß, schaut schon. Hat schon recht cool gewirkt. Habe ich mir eigentlich am Anfang überlegt, ob ich den nicht einmal gesucht habe. Wo ist denn das? Insekten-Ding da. Waffen. Doppelklinge. Schmetterbälle habe ich da. Und Windschneider. Habe ich ja schon, ne? Witzenklinge. Zwillingstolche. Habe ich die Waffen gar nicht mehr? Muss erst schmieden gehen. Schauen wir mal gleich. Doppelklinge. Für die Insekten-Ding da, ne? Enttäusch mich nicht. Achso, das habe ich, ja. So war mir da. Oh, die Züge. Die Frage ist halt, soll das pro Waffen der Angriff, oder? Wir beide zusammen. Ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so ähnlich wie bei den Dings, ne? 104. Ich denke schon, dass das pro Waffen soll. Das heißt, das ist mal zwei zum Regeln. Sonst wäre es schon schön wenig, weil der Hund... ...pufft. Ne. Angriff. Und halt auf das Dings drauf an, ne? Die, 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 die... Angriffsgeschwindigkeit, ne? Ja, das ist schon. Schmieden. Waffe. Insekten-Kläfe. Das habe ich nicht, wenn man sieht. Muss erst schmieden. Die Insekten? Ja. Ja. Das habe ich schon gemacht. Drachenknochen-Kläfe, Alter. Flammenkäfer. Aber jetzt wird... Wo hat man die Videos anschauen? Das war, glaube ich, unter Ding, gell? 4.000 kostet das. Das hat man in seinem Zimmer anschauen können, glaube ich, gell? Ja. Das mit den Waffen, oder? Ich... Ich muss einmal das, die Dings... Ich schmiede ihn jetzt einmal. Oh, da war das hat man auch nicht geschlagen. Da ist man verordnet. So. Jetzt habe ich das eklare Ding da. Möchtest du die ausrüsten? Ja. Okay. Und jetzt da verbessern. Na, Gesundheit. Einmal noch. Ja. Na ja, habe ich gewusst. So. Haha. Wo hat man sich das anschauen können? Wie die Waffen... Wie das abgeht? Das hätte mir jetzt noch einmal passiert. Ja, drinnen... Ba-ba-ba-ba... Raum, ne? Da kannst du ja drinnen in den Raum gehen, oder? Hm, dort kannst du es wahrscheinlich. Ich werde mich einfach einmal wirklich schmieden. Ja, bist du deppert. Da geht's ja ab. Was sollst du da schmieden? Warten? Nein. Das habe ich alles nicht noch. Nein. Bitte, ich sage mal, wie ich mehr als genug Heisen, Erzpreis 100er, bitte. Ich gehe mir jetzt einmal schauen in die Waffenkammer rein, wie das funktioniert. Handelshof. Schauen wir mal, wie das läuft da. Äh, der Hermäkisch ist das. Okay. Nein, nein. Da möchte ich es lieber mal machen. So. Okay, mein Zimmer ein, in meinen eigenen Schönen. Ja, der hat's gut. Okay. Das ist schön geräumig. So, jetzt geht's um Haushälter. Miauz, miauz, miauz. Trainingsbereich. Ja, dann schauen wir mal. Ausrüstung verbessern. Ja, eigentlich könnte ich das aber dann auch machen, ohne dass ich's... Ah, äh, RT und Kartopodieren. Die Insektenglefe ist eine Nahkampfer für die Kinsekten kontrollieren können. Ja, wie fliegt... Was ist mit ihm? Überkopf, was? Ö, Kumpa. So, so, so. ich denke du musst das ist das du musst ja dann wahrscheinlich die verbesserungsgruppe kann derzeit nicht erreicht und du musst dann schon mal geübt sein mit der wochen glaube dass das wieder sie erweitert glaube ich dann kriegst du die wochen auch den ding steigern ich kann nur stufen nämlich erhöhen obwohl es material für die nächste stufe schon hat glaube ich danke mal zwilling story 2 ich hatte das gemacht so gibt sie mussten schärfen obwohl du musst erst die stufe 2 der sau geht ja nicht schlecht ob netting das mit den 1 sammeln um die fiecher zuerst musste ein käfer schicken ld musst holten dann rt nicht und schicksten käfer los ja dann ist das so ein ortsupporter oder so in die richtung der kommt ja dann ist das die supporter glas gibt es so ein ortsupporter glas ihr warte kann heilen dass das ding der kann die heil dinge los schicken gibt es angriff und heil dinge so komischen käfer netzer ja ich gehe mal da aus sie herstellungsliste man könnte zu verlassen der superkommunikation offline modus der bäserungsflug kann nicht derzeit nicht erreicht werden in der entwicklung hm hm der gronimo schön frag mal was gar nicht probier in der entwicklung also habe ich den noch nicht hergestellt oder das ach da habe ich die waffen angestellt aber ok wirktruhe ausrüstung ändern naja ich spiele momentan weiter so ja ich werde das morgen oder wann einmal probieren mit dem anderen zuerst weil es klingt recht interessant schau dir kann ich sogar auf stufe 3 auch hoch bringen es wäre sicher mal lustig zum anschauen wie es ist aber vielleicht ja bei einem gewissen punkt kannst du nicht mehr weiter gehen wenn du automatisch verbesserst hast irgendwie den entwicklungsbau dann kannst du nicht mehr zurück irgendwie weil sonst müsste es da neue waffen machen irgendwie keine ahnung da kannst du das video anschauen jetzt dann sehe ich es bei ausrüstung ändern geh bei der schmiede nach es hat die frage wöchens ist das vom equip her wurscht wöchens du dumm nimmst oder muss das irgendwas bestimmte sein bis jetzt habe ich das noch nicht geschnallt naja die angriffsfolge von dem ich schon ruckgezug gehe da bist du da nicht das ist halt meine frage das muss ich mir echt einmal schlau machen Knochenbaum da müsste ich einmal weitergehen nächstes hier die quest bekannt macht naja wir hätten ja irgendwas an Knochending ja bei mir fällt jetzt wirklich nur noch dieser Reis aber ich check nicht weil vom Equip her gibt es ja nichts du kannst ja das du schaltest ja das Equip frei ja wer dappert wenn der andere halt jetzt dann nicht das Acker Ananas Equip drogen könnte weil es halt die Dinge sehen das wäre ja idiotisch ich muss testen jetzt geh ja um einen anderen Bau so den scheiß Reis zahnen der die zwei haben wir brauchen ausrüsten da alles andere hätte ich verbessern wo ist denn die Waffe jetzt da ok gut allerdings das können wir machen kein Problem dann kannst du den okay den Jurybaum gehen den Baum den den habe ich den habe ich da weiß kann ich da gehen da weiß kann ich da gehen da komm ich nicht weiter da komm ich nicht weiter da komm ich da unfund schmetter der sträte trüge ok so funktioniert das also mhm so die schaut's aus da jetzt Was hab ich jetzt auf der Fertigung, wenn der 456 hat der ATK, ok. Wenn ich das besser bin. Vier neunzig, der ist der besser als der. Dann baue ich mich jetzt zusammen. So. Dann nochmal. Ich hab das scheiße aus. Ok. Panzerachs, so wie jetzt. Lähmung 180. Ich glaub der hat dabei seine, hm? Ein Panzerachst. Maschinenmensch Panzer. Wie schaut's aus? Bist du? Ja, ich bin nicht in einer Sitzung. Warte mal. Ach so. Hast du ausgegangen? Nein, ich bin wieder ausgeflogen. Schau mal. Ob du rein kannst nochmal. Warte mal. Da muss man ja suchen eine. Ich bin nicht in einer Sitzung. 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 Ne, wir wollen mal zwei reißen, dass das endlich fertig ist. So, ist aufgegeben, der Auftrag. Das ist schon mal nicht fest. Ah, sehr schön. Ich bin bereit. Warten wir noch. Hm, 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 hm. Ist noch jemand da drin? Ja, normal sind noch ein paar Leute da. Hier haben wir Y. Bereitsch, auf der Hauptquartier sind noch fünf Leute drin, ne? Vielleicht suchen die wollen. Oder auch nicht. Warte, weil ich heute noch früh schlafen kann. Ja. Schon, aber schon früh. Scheiße, genau. Ja, hilft nix. Müssen wir einen Notzikner absetzen, oder? Ja. Der Herr wird uns selber schon richtig. Jetzt bin ich neiglich, wie die Panzer-Axt jetzt der Einfahrt, ne? So. Abolieren und dann ist alles gut. Ja. Schau ins Chappi rein. Na, nicht mit Punkte bezahlen. So. Na, nicht mit Punkte bezahlen. Ah, da schaut schon wieder einen mit dem Rieseln in den Ofen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Nom, 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 nom. Ja. 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 So& Das hebben wir. Hilfe. Nährstoffe. zooming in gleich. Driessen wir wieder einen Booster. Ja. Ja, ja. Abfeuern. So. Und lasse geht's. Na ja. Bist du auch schon so unterwegs? Ja, ich lasse ihn wieder um. Ah, weil der Jagger ist bei mir da in der Nähe. Mal schauen, was das hier gibt. Haben wir den jetzt schon vierig gemacht? Achso, du brauchst nicht die Dinger. Ja, der reißt zusammen. Da ist er da vorne, der da vorne mal einen kriegt. Da vorne ist er. Dann schauen wir jetzt an den Kampf wieder. Jetzt geht's los. Schnopper, schopper. Oh, geht schon los. Darf mir schon die zwei. Go Anja, go Anja. Geben wir einen Fuß spuren. So. Bild zieh. Du kleiner Scheiß, Todl, du trägiges. Echt, die kleinen Mistfächer immer da. Nein. Was hat er denn jetzt? Was hat er denn jetzt? Empfangen. Empfangen. Jäger-Notiz. Ja, da oben ist er, wenn wir gehen mal hin. Da ist die Info. Und dann saugt er mich schon wohin. Mhm. Oh nein, los. Oh nein, 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 nein. Der Kratos ist beitreten, da können wir nur gucken. Ja, jetzt geht's los. Der Code of War ist dabei. Eieiei. 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 So, dann rein. Jetzt hat er wieder was entdeckt. So. Der Krater ist bei mir. Geht schon los. Gut. So, ne? Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Eiei. Eiei. Sack. Ja, Kraftpumper. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Eiei. Aue. Mit einem Puzzle-Bombkons. Das will wieder sparen. Dann hat er sich leider mit den Bomben zu bekommen. Ich weiß gar nicht. Ja, ne? Dann macht er eine Bomben. 26 Bomben. Da drüben. Hallo. Hahaha. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich hab mich drauf. Bitte. Das ist immer gut. Ich hab' mich drauf. Ja, du hast dich da. Der Drinks ist da. Das ist sehr gut. Das ist echt gut. Jetzt sieht nichts mehr aus. Ja, ich hab' ihn. Ich muss gucken und ich werde jetzt losfahren. Ja, ich hab' ihn. Ich hab' ihn nicht. Ouuu. Da kommt eine Verstärkung. Der Crane. Achso, Creon. Der ist beigetreten. Ja, der da auch. Ich bestell ihn einmal. Ich muss gleich mal straff fahren, ein bisschen. Ich muss mein neues Ding aussiehen. Ausprobieren. So. Ey, ey. Ich siehs mal ein FPS-Kader jetzt. Oh, ich fall auf 47. Oh, ich falle vorwärts, bitte. Oh, ey. Das ist nicht, was ich mache. Oh, ich will. Ach, okay. Er rammt mich. Ja, seh, oder was? Da liegt das Material. Ne. Ja, ich will uns. Ja, das wäre natürlich. Poppala. Nichts? Ja, genau. Da steht. Nein, das steht unglücklich. ja ja egal was ich mache ich kriege immer noch und wenn er jetzt hat er jetzt ist gefangen wenn ich nehmen bin sie wieder frei ich mache einen angriff und das ist nix aber ist schon ein bisschen der krass ausmacht ist ja pass auf der kreun der ist ein bisschen schnell drauf ich muss einmal weg ich muss einmal weg ja das ist pass auf da kommt ein reiziger noch mal eins da sind wir weit so du hast dich keinen stress gell du hast nicht sagen dürfen ich habe nicht gewusst ich wollte eure richtung ausbreiten einfach stehen bleiben ich schlafe wieder ich baue keine ich baue keine die luft ich stehe unter ihr ich komme nicht weiter ich denke mir schon ich muss das umtun die tastenverlegung das ist obwohl schon ungut ausweichen wäre eher bei b das ist der jahr ist neben mir da und schreiten ins ohr der jahr kommt ja 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 bitte wie wie ein trainer habe ich gekriegt cool ja ich habe das schon vormals wo kommen wir rein ich sehe nicht einmal was so gut ist es drin ich komme rein ich komme rein schupp boah du musst rausnehmen ja 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 du musst rausnehmen ja das du hast gehofft du hast gleich voll Energie aus wie vorher das schmeckt doch wirklich so du 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 kannst jetzt wieder essen oh oh gute nachricht jetzt ich gehe was essen inzwischen tschau alter so der bogenschütze muss glaube ich ja gar nichts ausschleifen der hat immer schon viele Dinge schießt er gleich weg dafür muss halt immer munition herstellen und sowieso also das ist wieder nervig also der bei maschinengewehr glaube ich auf jeden fall der hat ja seine munition zu herstellen der muss immer herstellen der hat aber wieder einen elementvorteil weil der kann immer die passende munition herstellen da muss ja die wochen weg stimmt da ja 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 jetzt ja 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 Ich hab da was fallen lassen. Nein. Jetzt war der Kabel auch. Noch da. Oh. Ja, hab ich das super gemacht. Ja, super. So, wo ist mein Schleifstern? Ja, ich kann das nicht, wie kann ich denn da kann ich nicht da umschwingen. Du musst immer B drucken. Oder A. Ich weiß nicht einmal was er druckt. Das funktioniert einfach. Super. Funktionieren muss. Meine ist jetzt schon mal hingefallen. Das ist gut. Da ist die Banane. Ja, da haben wir voll dahinten. Ja. Ich hoffe, wir müssen ja noch ein bisschen zurück. Aue. Jetzt hab ich es gekriegt. Das ist das Risiko nicht für jetzt. Na, ist ausgekutscht. Hoppana. Ja. Das Japer und Pumpert. Ja. Das Grießkind. Komm einfach weg, dass ihr habt. Ich bin aber... Scheine ist, dass ich schön im Ruhlen bin und so. Ja. Ja. Aber ja, da wissen wir noch. Er hat es nicht gerne. Komm mal ein bisschen Energie. Ja, Schwanz. Ich glaube, ich habe die abgeschnitten. Hm. Du musst es mehr anbüchen. Pino Penis. Wo war denn das? Ja, da bin ich. Okay. Ja. 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 Warte, k. Okay, der ist schon wieder runter da oben. Wahrscheinlich. Vorbeigekommen. Ja. Und holen wir. Vielen Honig. Den brauche ich auch, ne? Ja. Also 4 Honig brauche ich noch. Rathalos, Alkoholschuppe. Rathalos? Rathalos? Du, wo bist denn du jetzt? Hier oben. Du willst immer aber alle sein. Ich bin hier. Oh nein. Okay. Rathalos. Ich habe nur Fußspuren. Da ist ja schon abgeholt. Wo war das? Da los. Da gibt's deinen Götterkäfer. Das war aber das. Hat dann das zuher geschnüffelt. Weil er natürlich nichts kriegt. Ich brauche ja Zeig. Oh, ratterlos, alte Schubhörder. Wo? Das sehe ich nicht. Da holst du drei jetzt. Wo ist er hingeladen? So gemein. Ich weiß nicht, wo die Leichtkäfer hinziehen. Die zeigen gar nichts. Da ist er, der Vivian. Der ist gut. Vivian Schmidt? Hm. Da ist er ein Hit. Vivian Schmidt. Er hat mir auch nichts mit erfahren. Er ist ja schon ins Order gekommen. Der Kratos hat sich von der Quest zurückgezogen. Oh je. Heute kommt er wieder. Was macht denn er da? Gesundheit? Ja. Die Hesse brauchen unbedingt. Ich brauche auch da los, Dinger. Was ist denn da los? Was heizt denn? Oh. Was ist denn da los? Wir können gerne mal die Gran, ich bin sicher. Jetzt los ist er so prass. Schau mal. Muss mich aufwetzen. Das ist fast, ich kann nicht mehr. Josi, kann man es auch? Ja, du hast. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Auf die Ketten. Oh weh. Flieger, flieger. Ey.